Ich würde gerne, weil es ja für uns nicht irrelevant ist, mir ein Video mit euch reinziehen, bevor wir uns die Hertha-Doku reinziehen, die ich gespoilert habe, von meinem Kollegen, der hier auch schon mal in meinem Format Diagonalball am Start war, und zwar AFM-Felix, der hat ein Video gemacht, quasi eine Vorschau, Bayern München gegen Stuttgart, Wiederholung von 2018. Und wisst ihr, worauf er da anspielt? Er spielt da auf eine Wiederholung an, eines Ereignisses, wo Bayern auch die Meisterschale zu Hause schon gewonnen hatte und die Meisterfeier machen wollte und dann Stuttgart ein bisschen, sag ich mal, wie sagt man immer so schön, die Party gecrasht hat und 4 zu 1 gewonnen hat. Und das Krasse ist, es war einfach unter Teil von Korkut. Also es sind sehr viele Parallelen, ich hoffe, das passiert auf jeden Fall nicht. Ich wechsle jetzt mal den Bildschirm, ich habe es selber noch nicht gesehen und wir gönnen uns mal den Spaß, weil wir müssen ja wissen, was mit unseren Konkurrenten so los ist. Wir müssen ja wissen, wie schätzt ein VfBler den VfB ein gegen den großen FC Bayern nach den zuletzt enttäuschenden Partien? Klaas, nahmen dann alle, finde, dass es kein Zufall ist, dass an einem Tag berichtet wird, dass Schwolo gehen soll und am nächsten Tag Andeutung über Verbleib von Lotka. Denke schon, dass da im Hintergrund was läuft. Versucht von Hertha Lotka ernsthaft zu halten? Ja klar, versucht wird es, aber wenn Dortmund Nein sagt, dann wird es halt schwer. Also das ist ja kein Fake, da wird auf jeden Fall was versucht, aber trotzdem. Also wenn Bayern nicht mindestens unentschieden spielt, dann kriegen die mehr als so eine Abmahnung, mein Lieber. Herr Sokrates, grüßte, gehen raus. Keißenberg ist auch am Start, grüß dich, mein Lieber. Ja komm, Like lassen wir natürlich erstmal da bei unserem Kollegen hier, bei meinem Kollegen hier. Bayern München gegen Stuttgart, Wiederholung von 2018, Vorbericht. Die kriegen 4-0 auf den Sack. Ich hoffe sehr, dass du recht hast, mein Lieber Diesel. Lassen wir uns nochmal, lassen wir uns nochmal hören, was denn der gute Felix sozusagen hat. Ich mache mich mal nach unten links. Das ist vielleicht am besten, dann störe ich am wenigsten, auch wenn ich da immer noch störe. Und dann schauen wir mal, let's go. Keine Punkte mehr. Also ich sage vorher ganz ehrlich, natürlich Ibiza-Trip jetzt mehr als suboptimal. Aber was optimal ist, dass Bayern ausgerechnet gegen Mainz verloren hat, ist ja fast schon wie so ein Angstgegner. Weil stellt euch mal vor, die hätten gewonnen, dann wäre richtig lapidar gewesen. Stellt euch mal vor, die hätten gewonnen. Dann hätte Magath nicht sagen können, das wäre richtig lapidar gewesen. Die wären nach Ibiza geflogen und hätten safe dann gegen Stuttgart verloren, weil sie dann überhaupt keine Anspannung mehr gehabt hätten. So schaut jetzt schon ganz Deutschland auf die. Und ja, die werden sich schon anstrengen. Also das auf jeden Fall. Pat, Pat, mein Lieber, danke für dein Prime-Abo. Fünf Monate am Start. Digga, kurz vor dem Champions-League-Pokal. Bam, danke für deinen Support. Sehr wildes Logo, ich sehe gar nicht mehr durch. Was steht denn da jetzt? Leicht verwirrend. Also ich kann dir empfehlen, vielleicht mal über ein Logo nachzudenken. Oder was soll das überhaupt darstellen? Also ja, A, F, M. Aber am Ende sehe ich jetzt, sieht aus wie eine Fahne. Wie so eine Fahne. Ja, ich weiß es auch nicht. Und dann beinahe zum Video vorm Spiel, vorm Südschlager bei den Bayern am Sonntag um 17.30 Uhr. Kack-Kick gegen VW. Ja, weil es war keine gute Leistung. Sag mal, das sind ja drastische Worte hier vom lieben Felix. Kack-Kick gegen VW. Eieiei, direkt mal am Schießen hier. Vor allem alles andere als eine Reaktion aus Berlin-Spiel. Wolfsburg ist da so Larifari aufgetreten. Wir auch. Wir haben uns da anstecken lassen. Also Stuttgart spielt scheinbar gerne Larifari, weil gegen Mainz haben sie auch schon Larifari gespielt. Schon in Mainz. Anhand dieser Leistung konnte man im Leben nicht sehen, dass es hier um alles geht bei uns. Im Leben nicht. Das war wieder kein Abstiegskampf. Die Jungs scheinen einfach nicht auf der Höhe zu sein. Immerhin gab es das in der Last-Minute. Ja, stimmt. Erinnert sehr an XXL Lutz. Abmahnung. Ausgleich, also voll ins Abschenken tun sie wohl nicht. Sonst macht es 1-1 nicht mehr. Aber was eben auch nervt, es wäre ja optimal gelaufen. Gefühlt zeitgleich fiel das 1-1 für Bielefeld gegen Berlin. Heißt mit einem Sieg immer echt rangekommen an Berlin. So halt nicht. Wenig reicht für Lob. Und so ist es dann auch bei solchen Spielen. Und wir haben jetzt wieder eine Phase, wie wir es 2018, 2019 hatten, finde ich. Wo, wie gesagt, wenig für Lob gereicht hat direkt. Also bei As-Casibar sehe ich eigentlich keine Gefahr, dass der als nächstes wechselt, mein Lieber. So ein wilder Akzent. Ja, die Schwaben halt. Die Schwaben. Ganz normale Grundtugenden bringen. Beispielsweise Tommy hier oder auch ein Dinos. Oder eben auch Spieler, die mal eine Einzelaktion bringen. Wie jetzt zum Beispiel Mio mit dieser Flanke. Werden direkt gelobt. Weil es sonst gefühlt nichts zum Loben gibt aktuell. Auch Müller endlich mal ein bisschen Lob erfahren bekommen. Lob für die Parade vor dem 1-1. Also vor dem möglichen 0-2. Holt das Ding raus und gefühlt danach, wenn es 1-1 auch vermisst hat. Das Wort Monstersituation bekommen. Also hoffentlich tut ihm das mal gut für die nächsten Spiele. Was ist los, Sascha? Ja, wir haben ihn abgefeiert. Tun es auch immer. Ja, stimmt. Sascha Kalajcic. Ich glaube, vier Tore hat er schon wieder. Aber irgendwie nach seiner schwerwiegenden Verletzung haben alle gehofft. Oh, wildes Standbild hier gerade vom Felix. Sorry. Ja, die haben ihn alle abgefeiert. War schon kurz vor. Gefühlt wechselt AC Meiler und großer Club und so weiter. Aber irgendwie nach seiner langwierigen Verletzung braucht er gefühlt zu lange, um wieder der Knipser zu werden, der er vorher war. Und natürlich haben alle Hoffnungen auf ihn gelegen. Auf ihm haben wir alle Hoffnungen gelegen. Auch bestimmt Fanliebling ist er immer noch irgendwo. Gerade eben auch aus letzter Saison noch, die ja Wahnsinn war, wie gesagt. Aber Verletzungen gehabt. Corona-Infektionen gehabt. Und er spielt wie ausgewechselt. Er war noch voll eiskalk gegen Gladbach. Normalerweise sagt man mal so, er spielt wie ausgewechselt, wenn einer mega gut spielt. Aber hier meint er es ja in dem Fall negativ konnotiert. Das ist irgendwie voll verwirrend. 3-2 war das perfekte Beispiel. Was ein Gajic kann, auch im Vergleich zu anderen Stürmen bei uns vorne. Union auch getroffen. Bielefeld auch getroffen. Das scheint irgendwie weg. Vielleicht ist es tatsächlich der Fitnessstand. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sind es möglich auch irgendwie die Abgangsgerüge. Also gegen Hertha war es aber auch so, da kamen ja auch gar keine Bälle gefühlt rein. Also der kam ja gar nicht in diese Situation. Wir haben es auch gut wegverteidigt. Aber ich fand jetzt nicht, dass der da gut gesucht wurde von seinen Außenbahnspielern und von seinen zentralen offensiven Mittelfeldspielern. Also ein Stürmer hängt natürlich auch in der Luft, wenn er keine Bälle kriegt. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt das letzte Spiel nicht live gesehen, aber es ist mir gegen Hertha zumindest aufgefallen. Gerüchte, die es gibt oder eben auch generell die Abstiegsgedanken oder sowas. Aber dieser Kalajic aktuell gegen Berlin und Wolfsburg, vor allem die beiden Spiele, waren bodenlos. Da bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. War der bodenlos gegen uns? Ich habe keine Chance gesehen. Wir brauchen diesen Aktivposten. Wir brauchen diesen Top-Stürmer. Andreas von YouTube, jeder kennt ihn. Das ist schwer. Also ein Andreas bei YouTube, das ist, sage ich mal, ein Erkennungsmerkmal, was kompliziert ist, mein Lieber. Der einen Ball bekommt und einen Ball reinmacht direkt so. Der eine Chance hat und eine Chance nutzt, der sehe ich gerade überhaupt nicht so. Geht jeder Ball irgendwie an ihm vorbei, an jedem Ball geht er halb gar ran. Also keine Ahnung. Ich nehme ihm diese Identifikation im Klub ab. Ist okay. Diese Tränen, wie gesagt, in Berlin habe ich meine Meinung zu. Tränen? Hat der geheult? Hat der geheult bei Hertha nach dem Spiel? Ich nehme sie ihm ab. Er muss es aber halt auch zeigen, weil so steht er aktuell für mich nur wegen der Alternativlosigkeit im Sturm, auch in der Startelf. Abgänge schon weg. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wir sehen aktuell das, was wir fürchten ab dem Sommer. Wir sehen aktuell, wie es ab dem Sommer laufen könnte, ohne Mangala, Sosa, ohne Karlajicic. Ich habe Real Talk nicht mitbekommen, dass der geheult hat. Aber ich hatte auch Besseres zu tun nach dem 2-0, als mir Stuttgarter anzuschauen. 90 Minuten auf der Bank. Karlajicic trabt auf dem Platz vor sich hin. Und Sosa bringt auch nicht so die Leistung, wobei ich den ja so ein bisschen rausnehmen will. Erstmal im Winterwechsel abgelehnt. Ich glaube, der identifiziert sich auf jeden Fall. Den Winterwechsel abgelehnt. Und jetzt kam eben auch frisch raus, dass er seit Wochen unter Schmerzen spielt scheinbar. Muskuläre Probleme im Scham-Bereich. Er kann im Training scheinbar nicht mal mehr flanken. Im Scham-Bereich oder im Scham-Bein-Bereich? Also muskuläre Probleme im Scham-Bereich? Da wüsste ich, was hilft. Ich glaube, er meint Scham-Bein. Im Üben muss ich da halt schonen, was das angeht. Das ist krass. Also ihm liegt was am Verein. Das ist klar. Die andere Seite ist aber für mich auch, dass das nicht der Weg sein kann. Also nur noch mit Schmerzmitteln spielen, das ist halt auch wirklich eine der vielen Dinge, die im Sport halt falsch laufen. Auch da wieder das Wort Alternativlosigkeit, weil eigentlich muss man den schonen. Direkter Abstieg? Fragezeichen. Das Ding ist nämlich noch nicht durch. Wir sprechen die ganze Zeit von Relegation, aber auch Platz 17 ist nicht durch. Wir müssen uns absolut darauf verlassen, dass Bielefeld weiterhin ihre Nierlagen mitnimmt. Aktuell, sage ich wie es ist, sehe ich für uns mit den Leistungen keine Punkte mehr. Du kommst nach München und Köln. Das sehe ich mit den Leistungen aktuell, wie gesagt, das kann sich sofort ändern, wenn die Mannschaft andere Leistungen zeigt, aber aktuell sehr... Muskuläre... Hast du muskuläre Probleme im Schambereich? Sicherlich. Keine Punkte mehr. Wir müssen darauf hoffen, dass Bielefeld einfach keinen Sieg mehr hat. Weil selbst wenn die zweimal Unentschieden spielen jetzt gegen Bochum und Leipzig, wären wir wegen dem Torverhältnis aller Voraussicht nach vor denen noch. Deswegen, gerade diese Woche in Sicht auf diesen Spieltag ist das... Es sei denn, die kassieren in München einfach mal so ein schönes HSV-mäßiges 8 zu 0. Dann sieht es mit der Tordreferenz auch anders aus, mein lieber Felix. Ich will nicht hetzen, wir sind auch noch nicht durch. Also wir haben da... Ich will da hier nicht groß schießen. Noch haben wir es nicht geschafft, noch kann ich es mir nicht erlauben. Aber vom Kader her, ich habe Stuttgart auch fußballerisch die ganze Saison gefühlt besser eingeschätzt, als sie abliefern. Die ganze Saison. Weil die eigentlich keinen schlechten Fußball spielen, aber da fehlt irgendwie der letzte Wille, diesen Abstiegskampf anzunehmen. Und wann willst du es erkennen, wenn nicht zwei Spieltage vor Schluss? Oder sie können es halt wirklich nicht besser. Und Bielefeld mit das wichtigste Spiel, fast noch wichtiger als unser eigenes Spiel. Wie gesagt, Platz 17 ist noch absolut drin. Wir könnten uns tatsächlich irgendwo auch glücklich schätzen mit der Relegation. Wobei es ja da natürlich auch scheiße ist, dann in die Relegation reinzugehen. Boah, Relegation, Alter, da könnte Werder Bremen kommen. Ja, die haben es auch nicht mehr in der eigenen Hand, direkt aufzusteigen. Da könnte Hamburg kommen. Also ganz, ganz unangenehm. Und auch Darmstadt jetzt wieder mit einem 6 zu 0 am Start gewesen. Also Relegation. Weiß ich nicht, ob, wenn die da den Kampf nicht annehmen, ob sich da Stuttgart durchsetzen würde. Weil ich weiß es bei Hertha auch nicht. Wochenlang nicht gewonnen hat. Magath, der Fuchs. Ja, der Magath hat scheinbar noch ein bisschen mehr Hoffnung oder Vertrauen in uns als wir selbst so ein bisschen. Bei Solvier spielen sollte Hertha auch so durch sein. Trotzdem hat er... Eigentlich ja, aber du weißt nie im Abschließkampf. Stell dir mal vor, die gewinnen jetzt aus Versehen oder irgendwie, warum auch immer, die letzten Kräfte zusammengepfercht, alle beiden Spiele und wir holen einfach nur einen Punkt. Dann haben wir verkackt. Das war nötig gehalten, nochmal die Bayern anzustacheln nach dem Main-Spiel, das sie verloren haben, dass sie eben uns auch besiegen und uns halt Hertha vom Hals halten. Ich weiß nicht, wo das Vertrauen herkommt, dass sie irgendwie Angst hat, dass die Bayern gegen uns verlieren könnten. Ja, der ist einfach clever. Er ist einfach clever und der will gar nicht erst den Schlendrian aufkommen lassen bei den Bayern. Und hat da seine, ja, fast schon Uli-Hönes-like, seine Stiche Richtung München verteilt. Richtig geil. Sonntag, aber ey, von mir aus. Wir haben hochverdient verloren. 3-1, hochverdient verloren in Mainz. Mainz war sehr, sehr stark. Das hat mir auch ein bisschen zu sehr runtergeredet. Hauptfokussend darauf, dass Bayern so scheiße war. Mainz war auch einfach richtig stark. Mainz hätte wirklich einfach 5-6-1, 7-1 gewinnen können mit den ganzen Chancen. Das hat dem quer nichts mal gar nicht gefallen. Und der weiß schon, was er tut. Dieses Provozierende, der weiß schon. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Bayern das brauchen. Auch Nagelsmann hat für mich gut reagiert darauf. Na Gott, Coach, nebenbei noch Bayern, genau. Das könnte er auf jeden Fall. In diesem Spruch von wegen, er spreche ja auch nicht über die Leistungen der Hertha. Bayern-Situation, machen wir uns so kurz durch. Das war aber richtig zickig. So richtig so, bleib bei deinem Verein mäßig, wie HSV-Bernie. Da hat er wirklich, muss ich sagen, ganz schön angestachelt gewirkt. Der gute alte Nagi, wie ich ihn jetzt mal nenne. Bei den Bayern nach Mainz gab es noch weitere Kritik. Prasse ja viel aktuell ein. Nagelsmann auch mit Kritik am Team nach dem Mainz-Spiel. Er hätte eine Erklärung, aber die ist nicht für die Medienwelt gedacht. Interessante Aussage. Was meint er denn damit? Alle wieder einen Heben gewesen im Hugos oder was? Auf jeden Fall. Und dann fatzen die Kollegen halt einfach mal nach Ibiza für zwei Trainings, an zwei trainingsfreien Tagen. Können sie schon machen. Zeitpunkt halt ein bisschen fraglich so. Wurde begründet mit... Steinbock sehe ich absolut genauso. Magath ist endlich mal wieder jemand, der nicht auf Kuschelkurs mit den anderen Trainern geht. Und sowas brauchst du auch in der Haupt-Bundesliga. Also brauchst einfach einen, der auch mal eklig ist. So wie das die Bayern auch mal machen. Immer wenn es eng wird, einfach mal noch die letzte Komponente ziehen, die Psyche. Oder akzeptiert als Teambuilding-Maßnahme. Was ich irgendwie auch für ein bisschen Quatsch halte, wenn halt sieben Spieler dann nicht dabei sind bei dieser Teambuilding-Maßnahme. Die guten alten Teambuilding-Maßnahmen. Da habe ich auch schon einige von erlebt. Ich glaube aber, wie gesagt, weiterhin, das juckt die Bayern nicht großartig. Im Normalfall, die bekommen uns heute ihre Schale überreicht. Mein Tipp gebe ich erst am Freitag in meinem Video ab. Hatten jetzt ihre Peinlich-Pein, das ist das Problem. Die hätten es nochmal einen Spieltag aufschieben müssen bis zu unserem Spiel. Die hätten mal in Mainz gewonnen. Lieber gegen uns halt die eine Pleite noch geholt. Die hatten jetzt ihre Peinlich-Pleite in Mainz. Die verlieren im Leben nie normalerweise zwei Spiele am Stück. Im Normalfall machen die das am Sonntag. Neue Impulse, weil die brauchen wir. Und damit meine ich explizit. Er redet gar nicht mehr darüber, Hertha einzuholen. Also der als VfB-Fan, aber ich kenne es ja als Hertha-Fan, ist es ja auch so gewesen nach dem Union-Desaster. Der redet überhaupt nicht mehr davon, dass noch mit eigentlich einer minimalen Chance auch der direkte Nicht-Abstiegsplatz drin ist. Das ist immer so, wenn du selber bei deinem Verein bist, du bist kritischer als Fan als jeder andere. Kein Trainerwechsel. Die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie es kann. Wie das Beispiel hier, Gladbach-Augsburg, diese ganze Phase da zu nennen, seitdem auf einmal Leistungsabfall, der nicht wirklich zu erklären ist. Weil man weiß ja, dass es geht. Gerade auch zu Hause weiß man, dass es geht mit den Fans im Rücken. Brauchen irgendwie eine neue Herangegensweise oder vielleicht eine neue alte Herangegensweise, würde ich so gerne das Wort Grundtugenden in den Mund nehmen, weil die haben wir auch wieder gefehlt. Grundtugenden oder wie es einfach nennen die B-Schicks. Einfach so ein bisschen mehr einen auf Berlin machen. Ein bisschen mehr auf Berlin machen. Dreckige Siege mitnehmen, dreckig. So ist es. Bitte macht das nicht VfB Stuttgart, weil dann könntet ihr noch punkten. Macht einfach in, hast du es gut gesagt, Felix, macht einfach mal in München einen auf Berlin. Kannst dir mal anschauen, wie wir die letzten Jahre in München performt haben. Aber ich glaube, da war sogar mal 2-2 dabei. Ui, 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 ui. Im Abschiedskampf spielen. Weiß einer, wann wir das letzte Mal in München gewonnen haben? Ich schwöre bestimmt, ich glaube irgendwas mit 1970 oder so. ... Minuten Vollgas geben, in jeden Zweikampf doppelt und dreifach reingehen. Das fehlt irgendwie gerade scheinbar vom Gefühl her. Weil so kann es nicht weitergehen. Wie gesagt, auch nicht in der Relegation. Es ist schön, wenn wir uns da rein retten, aber in einer absoluten Scheißphase da reinlaufen gegen den dritten Platz aus der beiden Liga, der Vollgas geben wird, weil die Chance hat auf Erste Liga, dann ist das auch wieder nicht optimal. Das Spiel gegen Wolfsburg hat ein bisschen gesagt, hat Einstellungen bewiesen, weil wir halt das 1-1 noch gemacht haben kurz vor Schluss. Sehe ich ein bisschen anders. Du musst das Spiel zu Hause gewinnen. Ganz einfach. Wie gesagt, der Rest hat auch für dich gespielt. 1-1 Bielefeld Berlin. Der Heimsieg wäre Pflicht gewesen. Dann wäre es tatsächlich irgendwo an Berlin noch dran. Und rein von den Namen her hätte ich auch gedacht, dass, also ich bin auch von ausgegangen, dass Stuttgart gegen Wolfsburg zu Hause gewinnt. Und ich hätte auch gesagt, von den drei Spielen, also den jetzt noch zwei kommenden, auch wenn Bayern schon Meister ist und gerade verloren hat und Ibiza und was weiß ich, hätte ich gesagt, Wolfsburg war das einfachste Spiel für die. Hast du halt deine Hausaufgaben mal wieder nicht erledigt. Tom, haben sich Mannschaft und Ultras ausgesprochen? Weißt du was davon? Bis jetzt habe ich davon noch nichts gehört. Außer im wirklich auch einfachsten Restspiel der Saison. Bayern wird schwerer, Köln wird schwerer, Wolfsburg ging es um nichts mehr. Die haben auch nicht besonders Fußball gespielt dort. Aber trotzdem holst du halt diesen Heimsieg nicht. Laut Bild wird Rien und Training endlich lauter. Zitat von denen. Mal sehen, ob sich das irgendwie überträgt auf die Mannschaft. Versuchen anzugreifen. Das war Zitat von Materazzo zum Spiel in München. Also ich glaube, ich gucke das Spiel nicht nebenbei. Es juckt mich auch irgendwie nicht, wenn keine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League ist. Ich habe gestern auch nicht geguckt, sondern habe lieber gearbeitet. Nö, ich werde hier mit euch Reaction-Videos machen, ein bisschen Tommys Coffee-Talk. Aber Champions League gönne ich mir nicht heute. Ist ja klar, du gehst da nicht hin und sagst, ey, wir gewinnen da lockerflockig. Aber ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Vollgas würde ich mir auch in solchen Aussagen wünschen. Wie gesagt, in München ist es nicht einfach. Aber gerade in München könnte richtig was gehen. Du spielst am Ende des Spieltags, wenn es gut läuft, verliert Bielefeld in Bochum, Sorum. Und auch Mainz könnte auch von Magal angestachen. Noch 5k Karten gegen Mainz, Wahnsinn. Aber haben die denn alle Blöcke schon geöffnet? Da bin ich mir nicht sicher. Da ist wahrscheinlich wieder einiges noch frei. Wo der gesagt hat, ey, die Bayern waren so kacke. Und Mainz könnte sich auch denken, warte mal, wir fahren jetzt nach Berlin. Der sagt, es lag nur an Bayern, dass wir verloren haben. Nee, wir haben einfach geil gekickt. Wir zeigen es ihnen auch auswärts. Macht Mainz zwar nie, vielleicht machen sie es endlich mal. Und gewinnt auch in Berlin. Also die Konkurrenz holt keine Punkte. Und dann fährst du am Sonntagabend nach München, die trotz allem, wie gesagt, normalerweise machen sie es. Aber trotz allem natürlich auch einen Scheiß auf die Saison geben könnten, doof gesagt. Ob die jetzt mit einem Heimsieg ihre Meisterschalenübergabe feiern, kann denen auch egal sein. Die haben sie eh schon fügt. Ich hoffe, es ist ihnen nicht egal. Ich hoffe, es ist ihnen nicht egal. Würdest du Europa League gucken? Nö. Morgen bin ich ja wieder im Stream mit Nico. Morgen machen wir auch den Gewinnspiel-Stream. Und nee, morgen habe ich auch keine Zeit. Wird mal gefeiert. Ich habe gerade mal nachgelesen, Hertha hat tatsächlich 1977 das letzte Mal München gewonnen mit 2 zu 0. Ey, das ist doch wirklich, das kannst du ja gar keinem anbieten. Ey, komm schnell, skippen hier. So egal sein. Da musst du ja mit Vollgas reingehen. Wenn das passiert und das Spieltag wieder für dich läuft, wie letzten Spieltag, dann musst du daraus irgendwie Kapital schlagen und Vollgas geben in München. Oberring und Marathon-Tor ist freigeschaltet und trotzdem nur noch 5k. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir vor 74.000 Spielen am Samstag. 18.30, das wäre richtig geil. Es sind noch 6 Punkte zu holen, 2 Spiele noch zu gehen. Die Sprüche passen nicht mehr von wegen, wir haben noch Spiele, danach kommen noch Punkte. Nee, 2 Saisonspiele plus, wenn du Glück hast, 2 Bonusspiele Relegation. Mehr ist nicht mehr drin in dieser Saison. Goldmann, ich hoffe, du hast so recht. Ich hoffe so sehr, dass Bayern einfach so 5-0 gewinnt oder so. Passiert hier nicht mehr. Diese Sprüche haben... Aber ich will trotzdem, dass Hertha Samstag gewinnt, weil ich will mit der Mannschaft zusammen den Nicht-Abstieg feiern und nicht auf der Couch in der Liga bleiben. Also am Ende ist mir egal, wie wir in der Liga bleiben, Hauptsache wir bleiben in der Liga. Am besten in diesem Spieltag schon. Aber mir wäre es natürlich am liebsten, wir gewinnen einfach. Das wäre natürlich ein Traum. Das haben wir halt auch alle schon, wie gesagt, zu oft gehört. Dieses, wir versuchen in München was mitzunehmen. Vielleicht Punkt. Das geht da wie gerne. Wir in München und dann gab es wieder ein 4-1, eine mehr oder minder engagierte Leistung, mal ein 5-0 und hier und da und verlierst da halt wieder. Oder halt, du gehst da mit Vollkaracho rein und erzwingst dir da irgendwas und vermiest den Bayern halt nach 2018. Gut, kannst du jetzt nicht vergleichen. Frankfurt ist was anderes. Aber selbst Eintracht Frankfurt hat mit zwei Torschüssen in München gewonnen und da war Bayern noch lange kein Meister. Das war in der Hinrunde. Ich glaube, Kostic hat da auch getroffen. Es war auch volle Montur. Ja, für Bayern ging es um alles und die haben durch zwei Schüsse das Spiel verloren. Also ich hoffe einfach, dass sowas nicht passiert am Wochenende. Secker schreibt, wenn Hertha Samstag gewinnt, gewinnt auch Bayern gegen Stuttgart, weil Hertha eh schon gerettet ist. Wenn wir verlieren sollten, wird Bayern zu 100 Prozent absichtlich verlieren wird keiner, Digga. Das glaube ich nicht. Oh, grüß dich! Mal ihre Meisterschalenübergabe. Startelf. Jo, ich würde gerne Veränderungen sehen, Impulse sehen. Ich glaube nicht daran, dass es so aussieht, wie ich es hier euch hier darstelle. Aber dafür ist es auch mein Startelf-Tipp so. Einfach ohne viel reden habe ich das Ding mal aufgestellt. Ganz vogelwild. Kein Kalajic. Oha, kein Kalajic. Oha. Mavropanos, Rechtsverteidiger. Oha. Kalajic, kein Mamusch. Einmal Impulse, einmal was Neues auch machen. Passiert von... Für welchen Block hast du die Karte, Pepi, die Stefano, die du noch übrig hast? Gut, ich eh nicht, aber so hätte ich mal Bock, das zu sehen. Einfach, ne? Hast ja eh nichts zu verlieren. Ganz doof gesagt so. Mit der aktuellen Startelf läuft es ja auch nicht unbedingt. Vielleicht bringen die anderen Leute andere Impulse gegen die Bayern. Mal sehen, ob sich auf der PK am Falk noch was ändert am Kader. Sonst ist erstmal der Fokus hier auch, dass wir einige haben, die auf vier gelben Karten stehen. Sosa, Endo, Mangala und... Uh. Sosa, Mangala, Endo und Mavropanos. Einfach alle mal vier gelbe Karten. Ach nee, die haben drei. Sosa, Mangala und Endo. Einfach alle eine gelbe Karte abholen, dann sind sie gegen Köln nicht dabei. Das wäre doch mal was. Sosa stehen alle auf vier gelben Karten. Dinos und Mammusch auf drei gelben Karten. Das wäre auch noch was möglich bis zum letzten Spieltag, weil, soweit ich es richtig gesehen habe, in einem Artikel zu Dynamo Dresden habe ich es gelesen, der recht aktuell ist, weil die ja auch in der Regulation müssen, zwischen 2. und 3. Liga eben in dem Fall. Sperren werden scheinbar übernommen. Heißt, wenn du am 34. Spieltag die fünfte gelbe Karte bekommst, wird die übernommen ins Hinspiel von der Regulation. Das ist die Frage, was ist besser, jetzt die gelbe Karte in München kassieren und dafür im letzten Spiel nicht dabei zu sein, um eventuell bei einer Relegation dann wieder frei zu sein oder ist es besser, in der Relegation dann zu fehlen, die ja sehr wahrscheinlich ist für den VfB. Und du kannst da nicht spielen. So, deswegen mal gucken, ob es fast cleverer wäre, dass Endo und Sosa sich jetzt schon eine holen, damit sie gegen Köln ausfallen und eben Relegationen beide Spiele machen können. Wir sitzen Block P5. Keine Ahnung, doch Köln nochmal so wichtig ist, wenn man sich da auch nochmal aufstellt. Aber ich glaube, die Frage kann man sich nur gedanklich machen, weil du musst die eigentlich aufstellen. Es ist eigentlich bei beiden keine Option, die auf die Bank zu setzen in den Spielen. Heimspiel in München. Jo, am Samstag waren auch wieder, waren wir Fans, die besten VfBler im Stadion. Ist einfach so, es war ein richtig, richtig starker Support, trotz eben dieser lahmen Leistung. Im Stadion, glaube ich, wirklich bei einem 2-1-Last-Minute-Treffer, nach dem 1-1, nach dem 1-1, auch in Bielefeld, der Stadion wäre komplett abgerissen worden. Da wurde ja die Mannschaft nochmal richtig, richtig gepusht. Leider hat Antonia das Ding nochmal drüber gejagt. Da war nochmal eine Chance, aber hat nicht sein sollen. Und wie gesagt, wäre auch, glaube ich, nicht arg verdient. Heißt es nicht, hat nicht, sollen sein? Aber vielleicht kann man es auch so sagen. ...gewesenes Ding zu gewinnen. Hab einen Satz auf Twitter gefunden, den scheinbar ein Kapo getätigt hat während dem Spiel. Die Mannschaft ist mal wieder scheiße und versaut unser Wochenende, aber wir als Kanjola Kove müssen zeigen, dass wir nicht absteigen wollen. Das ist genau das, was wir aktuell tun. Und auch in München wird es hoffentlich wieder sehr, sehr wild. Das gesamte Auswärtskontingent ist vergriffen, ist ausverkauft. Das ist auch so eine Frechheit, wie du als Auswärtsfan einfach ganz oben in der Ecke platziert wirst in München. Elia, grüß dich! Heißt die Blöcke 339 bis 347, 202... Ihr seht, der Chat füllt sich, erfüllt sich doch, ja. 20 Uhr ist einfach zu früh, ja. Da sind die Jungspunde noch nicht am Start. 40 bis 246 und auch am Arsch der Welt und total teuer, aber ist auch noch dabei, Block 328. Ich bin dabei in 339 am Start. Das wird ein Heimspiel in München. Ich tippe mal so auf 7.000, 8.000 Fans. Mal gucken, wie viele es genau am Ende werden. Aber wie gesagt, auch wirklich 3, 4 Bonusblöcke bekommen. Also zu dem normalen Auswärtskontingent, das du in München bekommst, noch ein paar Extrablöcke obendrauf bekommen, wenn eben der Ansturm kommt. Und wer kommt aus Stuttgart? Die Nähe ist ja... Ey, bitte, bitte, bitte nicht gewinnen, bitte. ...soch da. Also auf den Rängen werden wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht debattieren. Auf dem Platz, naja. Auch hier wieder ein Motto, alle nach München, alle im Trikot. Blindes Hoffen. Ja, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Habe ich schon sehr oft gelesen im VfB-Zusammenhang. Von Leuten hat gepostet, Instagram, Twitter und so weiter. Also aufgeben gibt es nicht. Das ist ja auch ganz einfach und ganz klar. Es sind auch 6 Punkte zu holen. 4 Punkte braucht man, um Berlin an Berlin vorbeizuziehen. Sollte Berlin alles verlieren. Wegen Torverhältnissen würde man dann punktgleich vorbeiziehen an Berlin. Vielleicht endlich da ein anderes Gesicht in München. Vielleicht tatsächlich moralisch wichtig gewesen ist 1 zu 1. Endlich haben wir da getroffen gehabt. Das könnte ich dem 1 zu 1 noch abgewinnen. Vielleicht können sie auch freier aufspielen. Das ist einfach was anderes in München anzutreten, als jetzt zum Beispiel in diesen direkten Duellen wie Hertha und so weiter. Ja, gegen München kann man freier aufspielen. Ey, ich habe irgendwie echt Schiss. Gut zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Ich würde mich besser fühlen, wenn Hertha einfach gewinnt gegen Mainz. Wo eine richtige Erwartungshaltung da ist, doof gesagt. München ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Aber München ist immer noch was anderes, finde ich. Morgen gibt es für euch noch ein Video zu den Konstellationen am Spieltag. So Worst Case, Hoffnung und wie es wahrscheinlich ausgehen wird, realitätsnah. Denn wir haben ja auch gehört mittlerweile und gelernt mittlerweile, Relegation kann auch Spaß machen. Zwinker Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, cooles Video hier von unserem Felix. Ich wünsche dem VfB nicht böse gemeint natürlich alles Schlechte beziehungsweise Relegationen können Sie meinetwegen machen. Das ist mir egal. Aber bitte sollen Sie doch nicht in München gewinnen. Das können Sie sich bitte mal sparen. Ich wünsche euch das Video zu Ihnen. Ich wünsche euch das Video hier von oben. Bis zum nächsten Mal.